Das war schön. Wir sind jetzt auf zwei Säten. So muss man heute noch wenigstens presentieren. Das war schön. Na, so nicht. So ist das schon zu groß. So ist es schön. Was machst du da schönes? Das ist schön. Taschen? Ja. Kleine? Kleine, ja. Da kriegst du nicht viel rein. Viel Kleingeld, ja. Na gut. Der Reiseite versucht, wie sie uns etwas kreativ machen. Also, okay. Sie haben uns über typisch sieben Ecken. Genau. Das muss man sein. Die hat die Schalke eingesäumt. Wie könnte sie das hinkriegen? Und dann habe ich gedacht, ich gebe dir die Chance, es da zu präsentieren. Sehr gut. Sehr gut. Kann man auch schalen oder tobern? Ja. Das ist sehr schön. Wie schiebst du aus? Okay. Passt? Okay, fantastisch. Schauen Sie die Tasche. Ja, das wäre lieber. Ja, das ist richtig. Ich fasse ab. So. Wie glitt und tanzen. Sehr schön, danke. Für die Autos haben wir reserviert. Jetzt ist es wenigstens Degelof. Ich habe Evel in der Haut. Grüß Gott. Das ist gut. Ich bin so lieb. Und ich komme bald wieder. Da ist sie aus Elisabeth aufgetreten. Ah, schön. Okay. Toll. Ja. Die ist gerne, hat sie im Haar getragen. Sicher. Ja. Na sicher, das hat sie mitgehabt im Rucksack. Ja. Ja, ja. Die ist gekommen zu mir und hat das gemäht. Schon ein paar Jahre. Jetzt aus. Und... Na ja, da muss man auch eine passen. Ja, ja. Seiden... Ja. Seiden... Und in der Zeit, wo sie auf einen Spitalsplatz gewartet hat. Ah. Das hat der Sarko T. Ah. Das hat sie bei mir genäht. Toll. Toll. Ja. Ich finde, der Tee ist wesentlich gut. Ja, das ist so... Ja, das ist so... Ja, das ist so... Ja, das ist so... Nichts schönes Material und ja, mit... Mit... Ohren... Ist das eine Leihgabe oder... Hat sie dir das jetzt überlassen? Naja, es ist noch nicht ganz fertig, wie man sieht. Also sie ist dünner wie die Buben und... Und... Aber es gehört dir dann nicht oder auch ihr? Nein, das gehört schon ihr nicht. Aber wir müssen eine Möglichkeit finden, wie sie es dann einfach fertig machen. Ja. Von einer Schneiderin nachgearbeitet, nach dem Original. Und die sind dort alle ausgestellt. Und sehr interessant mit Rechnungen von den Firmen, die wir gemacht haben. Die hat das auch in den Hospitunen ausgedrängt. Kann man vielleicht... Bis zum nächsten Mal. Ja. Dann hat man die... ... mir einfach mal gemacht. Ja. Wie kommt sie? Hat er weiter die Stilöst, ja? Ja, aber da können alle nichts mehr in die Hand zum... Wo ist denn das Feuerwehrauto? Das ist ja gewesen. Ja, das muss ich auch. Ja, das wird jetzt gut gehen. Lüster, malzuh? Ja, das ist ja. Lüster, malzuh? Lüster, malzuh? Ja, das ist ja. Service ist es. WolleOP. 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 Wir sind Mitglieder im Heizhaus in Strasshof und haben dort vom Museum eine freie Anlage bekommen, die hat keine Ahnung, ob viele Quadratmeter ungefähr. Die pflegen wir und das ist Modell-Trag-Anlage-Laster. Nehmen wir uns einmal bei dir hin. Nein, ich weiß nicht, nein, nein. Der hat die Pferdesen gefahren. Das heißt, das ist Firi, das ist links, rechts. Nein, nein, in Ordnung. Das ist klar. Ja. Da hätte man nicht da drin, da kommt ganz so einfach. Da kommt es hier bei ihm. Ja. Man muss sich nur konsumieren lassen. Das ist hier bei ihm. Ja, das ist ein Hund. Ja. Ja, das ist wohl auchperskeit, oder? Ja. 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 Ja, ja. Vielen Dank für's Zuschauen.